Okay, hoi. Servus Jungs, Mädels, daheim gebliebenen. Ihr seht, wir sehen auch ab und zu was mehr und sind mal nicht betrunken, richtig? Wir sind heute auch schon um... Unsere Promille total ist noch bei 0,0. Wir sind auch um halb aufgestanden. Wir sind um halb neun. Wir haben gestern schon um neun im Bettladen. Das ist aber ein bisschen scheiße. Wir sind gestrandet. Wir probieren jetzt wieder zurück zu kommen. Wir fragen, wir nehmen uns später noch mal. Ja, okay.